Moin Leute, hier ist Tim und ab morgen gibt es die RTX 4000er Generation wieder etwas günstiger, denn die RTX 4060 geht an den Start und ich habe für euch die Grafikkarte einmal durchgetestet und zwar ein Custom-Adel von GainWard, die GainWard Ghost. Und ich werde euch in diesem Video einmal erklären, ob der Griff zu dieser Grafikkarte lohnt oder ob man doch eher einen Bogen drumherum machen sollte und es sinnvollere Alternativen auf dem Markt gibt. Die Hoffnung in dieser Grafikkarte steckt natürlich darin, für ein kleineres Budget für möglichst wenig Geld eine möglichst gute Grafikkarte vor allem für Full-HD-Gaming zu bekommen, die gleichzeitig natürlich auch noch entsprechend effizient ist. Ob die Grafikkarte das schafft, ob die RTX 4060 allgemein empfehlenswert ist, das schauen wir uns jetzt in diesem Video genauer an. Bei vip-cdk-deals.com findest du nicht nur günstige Game Keys, sondern auch Keys für Microsoft-Produkte wie Office oder Windows. Solltest du für deinen Gaming-PC noch einen Windows 10 oder 11 Key brauchen, dann schau am besten bei cdk-deals vorbei, denn mit meinem exklusiven Code GHD20 sparst du 30% auf deinen Einkauf. Damit kostet dich ein Windows 10 Pro Key gerade einmal 14 Euro und mit dem lässt sich sogar auch Windows 11 aktivieren oder darauf upgraden. Sicher bezahlen kannst du unter anderem mit Paypal und nach deiner Bezahlung solltest du innerhalb von 5 Minuten Zugriff auf deinen Windows Key über dein Benutzerkonto erhalten. Ich selbst habe auch schon mehrfach Keys bei cdk-deals gekauft und diese ließen sich anschließend immer ohne Probleme in den Windows-Einstellungen aktivieren. Links zu vip-cdk-deals findest du in der Videobeschreibung. Die Gainroad Ghost kennen wir als Custom-Modell ja schon von der RTX 4060 Ti und auch von der RTX 4070. Es ist von den Custom-Modellen eher ein Einstiegsmodell, was günstig sein soll, was jetzt keine besonderen Features mit sich bringt. Das hat immerhin eine LED-Beleuchtung. Der Schriftzug hier und der Rahmen drumherum sind LED-Beleuchtet. Eine Backplate gibt es auch, die ist allerdings aus Plastik, sieht optisch natürlich besser aus. Das ist auch für mich der Hauptgrund, warum eine Grafikkarte eine Backplate haben sollte, damit der PC einfach auch ein bisschen schicker aussieht. Das haben wir dabei, allerdings aus Plastik. Und an sich, ja, ist es halt, wie gesagt, ein Einstiegsmodell, wirkt jetzt nicht super hochwertig, aber was soll man sagen, es ist halt ein Modell für diejenigen, die nicht extra viel Geld für besondere Features ausgeben wollen. Ansonsten, es ist ein Zwei-Slot-Modell, ein reines Zwei-Slot-Modell. Das heißt, auch für kleinere PCs durchaus geeignet. Und der Kühlkörper ist jetzt gar nicht so klein. Die Grafikkarte ist dafür, dass nur zwei Axiallüfter verbaut sind, schon relativ lang. Das macht jedenfalls Hoffnung, dass die Kühlleistung der Grafikkarte auch entsprechend gut ist. Die Stromversorgung läuft über einen PC-Express-8-Pin-Anschluss. Und als Anschlüsse für Monitore haben wir dreimal Displayport und einmal HDMI. Die Besondere an dieser Grafikkarte, was auch ein bisschen komisch aussieht, ist, dass die RTX 4060 ja nur über acht PCI-Lanes angebunden ist. Und dieses Custom-Modell von GameWatt tatsächlich auch einen kürzeren PCI-Slot dadurch hat. Also normalerweise hat man trotzdem einen X16-Anschluss unten an der Grafikkarte, der dann den Slot vollständig ausnimmt. Hier haben wir tatsächlich nur einen X8-Slot und dementsprechend ist der Anschluss deutlich kürzer. Sieht ein bisschen kurios aus. Das sorgt natürlich dafür, dass man theoretisch diese Grafikkarte auch in Anschlüsse, also in X8-Anschlüsse stecken könnte. Allerdings kommt das quasi nicht vor. Deswegen einen richtigen praktischen Nutzen hat man dadurch nicht. Aber es ist eben auch jetzt nicht unbedingt notwendig, dass da nicht belegte quasi tote PCI-Express-Lanes bzw. Anschlüsse noch dran sind, die gar nicht angeschlossen sind. Also ja, interessanter Hinweis, sieht ein bisschen kurios aus, sollte man auf jeden Fall trotzdem wissen vor dem Kauf. Ja, ich würde sagen, das soll es erstmals gewesen sein zu den technischen Daten der Grafikkarte. Diese Version ist nicht übertaktet, läuft also auf dem Standardtakt, was die RTX 4060 so bietet, mit ihren 8 GB VRAM, die dabei sind, die relativ langsam angebunden sind mit 128 Bit. Und ja, wir wollen uns jetzt einfach mal anschauen, wie die Grafikkarte in den Benchmarks performt. In den meisten Fällen kann die RTX 3060 Ti nicht geschlagen werden. In den Spielen Red Dead Redemption 2 liegt die RTX 4060 allerdings ein kleines Stück vorne, zumindest in Full HD und in 1440p. In 4K nicht, da macht sich eventuell tatsächlich der langsam angebundene Speicher dann bemerkbar, wenn der vor allem auch voll ausgelastet wird. Und in einem weiteren Spiel, auch in Call of Duty Vanguard, liefert die RTX 4060 etwas mehr FPS als eine RTX 3060 Ti. Und in 4K liegen immerhin beide gleich auf, bei 54 FPS. Fürs Performance Rating bedeutet das, dass die RTX 4060 sogar hier im Ranking bei mir vor der 3060 Ti liegt. Das liegt daran, dass ich hier eher oder primär nach Full HD und 1440p sortiert habe. Und in Full HD schafft die RTX 4060 etwas mehr als 100 FPS. Die RTX 3060 Ti liegt bei 98 FPS und in 1440p liegen sie gleich auf. In 4K bietet die RTX 3060 Ti allerdings 3 FPS mehr im Durchschnitt. Im Moment wird man davon quasi nicht profitieren, da wahrscheinlich niemand mit diesen Grafikkarten in 4K spielen wird. Aber wenn die Anforderungen für die Spiele auch später in 1440p oder Full HD steigen, könnte es natürlich sein, dass man dann auch dort mit einer 3060 Ti vielleicht etwas besser aufgestellt ist. Wer denkt, die 4060 und 4060 Ti wären relativ dicht beieinander, der sollte sich nicht täuschen lassen, denn tatsächlich liegen ungefähr 20% zwischen diesen beiden Grafikkarten. Also wer vor der Entscheidung steht, soll es eine 4060 oder 4060 Ti sein, der sollte sich gut überlegen, ob man nicht vielleicht die im Moment bei den aktuellen Preisen vielleicht 70, 80 Euro mehr ausgeben sollte, um sich eine 4060 Ti zu holen oder eine ganz andere Grafikkarte zum Preis-Leistungs-Ranking und welche Grafikkarten dann grundsätzlich eine gute Alternative oder vielleicht sogar die bessere Wahl wären, kommen wir später in diesem Video noch. Im gesamten Performance-Rating, wenn man alle Auflösungen mittelt, liegt die 4060, wie gesagt, ungefähr gleich auf mit der 3060 Ti. Was gibt es auf Seiten von AMD, was ungefähr ähnlich performt? Nun eine RX 6700, wäre hier ein vergleichbares Modell. Die liegt minimal hinter einer 4060 und 3060 Ti. Eine RX 6700 XT, die dann aber auch schon mit 12 GB Grafikspeicher kommt, die liefert allerdings noch mal deutlich mehr FPS, so auf dem Niveau einer 3070, ein Stückchen hinter einer 4060 Ti. Spielt man mit Raytracing, was ich persönlich bei so leistungsschwachen Grafikkarten nicht unbedingt für sinnvoll halte, dann zeigt sich eigentlich ein ähnliches Bild. Die 4060 liegt auf einem ähnlichen Niveau wie eine 3060 Ti, allerdings nur noch in Full HD. Da liegen die beiden Grafikkarten gleich auf. In 1440p sind schon 4 FPS zwischen den beiden Grafikkarten im Durchschnitt und in 4K sind es auch noch mal 3 FPS. Also je grafisch anspruchsvoller die Spiele werden, desto eher kann eine 4060 nicht mehr mit einer 3060 Ti mithalten. Gemittelt über alle Auflösungen schauen wir uns hier auch noch mal den Vergleich zu AMD an. Da sieht es natürlich deutlich besser aus für die RTX 4060, denn AMD bietet einfach nicht so eine gute Raytracing-Performance. Vergleichbar wäre von AMD eine RX 6750 XT oder von Intel eine Intel Arc A770. Und da ist jetzt schon interessant zu sagen, die A770 kostet deutlich weniger. Die liegt ungefähr bei 280 Euro im Moment. Eine RX 6750 XT ist aber deutlich teurer als eine RTX 4060. Das schon mal hier so zur Einordnung. Lediglich mit DLSS kann die RTX 4060 richtig punkten, sofern DLSS 3 mit der Frame Generation aktiviert ist. Denn dann wird beispielsweise eine 3060 Ti deutlich geschlagen. Hier im Cyberpunk 2077 Benchmark zum Beispiel kriegt man in 4K DLSS beispielsweise 6 FPS mehr im Durchschnitt und in 4K DLSS mit Raytracing auch noch mal 4 FPS mehr. Da liegt die Grafikkarte dann beispielsweise schon fast auf einem Niveau einer RX 6950 XT, die natürlich deutlich teurer ist. Aber dafür muss das Spiel, was man spielt, halt auch DLSS 3 mit der Frame Generation unterstützen. Das soll es jetzt aber erstmal zu den Performance Benchmarks gewesen sein. Jetzt wollen wir uns als nächstes anschauen, wie dann der Kühler der GameWatt Ghost so performt. Hat GameWatt denn da vernünftige Arbeit geleistet? Ist der Kühler in der Lage, die 4060 vernünftig runterzukühlen? Und dann auch danach werfen wir einen Blick auf die Effizienz beziehungsweise die Leistungsaufnahme der Grafikkarte. Gucken wir uns einmal an, ob es quasi der neue Effizienzkönig für besonders stromsparende PCs derzeit wird. Die Temperatur unter Gaminglast lag bei der GameWatt RTX 4060 Ghost bei 67 Grad. Das ist ein durchschnittlicher Wert, der ist in Ordnung. Da braucht man eigentlich viel weiter zu sagen. Da ist noch ein bisschen Luft nach oben, falls man eine manuelle Lüfterkurve einstellen möchte, wenn es noch ein bisschen leiser sein soll. Die Lautstärke lag dabei bei 14,3 Dezibel über dem Ambient Noise Pegel. Das heißt, die Grafikkarte war durchaus gut hörbar. Man muss aber auch dazu sagen, im Moment ist es sehr warm. Ich habe ja bei einer Raumtemperatur von knapp 26 Grad gemessen. Also da mussten die Lüfter schon ordentlich arbeiten, um dann diese 77 Grad Maximaltemperatur halten zu können. Deshalb bei einer Raumtemperatur von um die 20 Grad, wie es vielleicht in den Übergangsjahreszeiten oder im Winter sein würde, da wäre die Grafikkarte durchaus noch etwas leiser. Aber auch hier haben wir, wie gesagt, noch ein bisschen Luft nach oben. Wenn man die Grafikkarte auf eine Temperatur von 75 Grad ansteigen lässt oder den Chip, dann ist auch durchaus ein etwas leiserer Betrieb möglich. Ein kompletter Silent-Betrieb ist ein bisschen fraglich, wäre aber auch tatsächlich ein starkes Ergebnis bei der Grafikkarte, dadurch, dass es sich auch um Einstiegsmodell handelt. Ich würde aber sagen, grundsätzlich der Kühler ist in Ordnung. Man kriegt die Grafikkarte definitiv auch auf das Niveau, dass die Grafikkarte leise ist. Vielleicht nicht komplett Silent, aber durchaus leise. Und ich denke, mehr kann man für so ein Einstiegsmodell auch nicht erwarten. Deswegen bin ich mit dem Kühler eigentlich im Großen und Ganzen ganz zufrieden. Die Lüfter liefen unter Last dann mit einer Drehzahl von 1930 RPM. Das noch so der Vollständigkeit halber ist hier fast der höchste Wert. Aber dafür, dass die Lüfter so schnell drehen, muss ich sagen, ist die Grafikkarte eigentlich noch relativ leiser. Also da habe ich auch schon schlimmere Lüfter erlebt, die bei niedrigeren Drehzahlen schon störendere Geräusche von sich gegeben haben. Die Leistungsaufnahme des gesamten Testsystems lag dann mit der RTX 4060 unter Gaming Last bei 211 Watt. Das ist der beste Wert, abgesehen von der RX 6500 XT, die ich mal getestet habe, die aber auch von der Performance nicht annähernd mithalten kann. Und für die Effizienz bedeutet das, dass wir auf 3,1 Watt pro FPS kommen. Das ist damit kein neuer Effizienzkönig. Ist so das erwartete Ergebnis ungefähr für die RTX 4000er Reihe. Wobei ich gehofft hätte, dass die 4060 schon ein bisschen besser abschneidet. Denn die 4060 Ti kommt immerhin schon auf 2,8 Watt pro FPS. Also die läuft tatsächlich noch mal etwas effizienter. Die Effizienz mit aktiviertem Raytracing liegt dann bei 5,1 Watt pro FPS. Auch hier kann die Grafikkarte nicht mit der guten Effizienz von der 4060 Ti mithalten. Zusammenfassend kann man also sagen, für die 330 Euro, die die RTX 4060 zum Launch kosten wird, bekommt man ziemlich genau die Performance einer RTX 3060 Ti. Zumindest in Full HD. In 1440p und 4K schneidet die Grafikkarte ein bisschen schlechter ab. Der Kühler, der Gain-Watt-Ghost ist in Ordnung. Nicht der beste, aber es ist halt auch ein Einstiegsmodell. Also da kann man aus meiner Sicht tatsächlich nicht meckern. Und von der Effizienz, die Grafikkarte ist schon ziemlich effizient, aber kommt nicht an die gute Effizienz einer 4060 Ti ran. Also da hätte ich tatsächlich etwas mehr mir erhofft. Jetzt kommen wir abschließend aber eigentlich zum wichtigsten Teil, nämlich zum Preis-Leistungs-Ranking. Und zu der Frage, ob sich denn nun der Griff zur RTX 4060 lohnt. Schauen wir mal drauf auf mein Preis-Leistungs-Ranking mit den Preisen vom 27. Juni. Und hier sehen wir, dass die RTX 4060 mit dem Preis von 330 Euro im Preis-Leistungs-Ranking auf ungefähr 4,8 Euro pro FPS kommt. Wir müssen uns hier bei den Werten am gelben Balken ein Komma vor den letzten zwei Stellen denken. Dann haben wir den tatsächlichen Wert in Euro pro FPS, denn die Werte sind hier einmal mit 100 multipliziert, damit das besser vergleichbar bzw. besser darstellbar ist. Also ihr seht schon, die 4060 liegt hier irgendwo im Mittelfeld mit den 4,8 Euro pro FPS und kann nicht wirklich mit den anderen Grafikkarten im Einstiegs- und Mittelklasse-Bereich mithalten. Also eine RX 6650 XT beispielsweise dominiert hier immer noch das Preis-Leistungs-Ranking mit ungefähr 3,8 Euro pro FPS, also 1 Euro pro FPS spart man da tatsächlich. Und jetzt kommt eigentlich das wirklich Enttäuschende. Selbst eine RTX 3060 Ti liegt oder ist vom Preis-Leistungs-Verhältnis besser, denn die Grafikkarte kostet nur 310 Euro aktuell, performt mindestens identisch in 1440p und 4K sogar besser und hat auch 8 GB Grafik-Speicher, die allerdings sogar noch schneller angebunden sind. Also ja, so wirklich überzeugen kann die RTX 4060 hier leider nicht. Das ändert sich auch nicht wirklich, wenn man sich das Preis-Leistungs-Ranking für Full HD anschaut. Hier habe ich zwar ein paar weniger Grafikkarten drin. Die Grafikkarten, für die ich die Benchmark-Werte lediglich berechnet habe, fehlen hier. Aber auch hier muss sich die RTX 4060, der 3060 Ti geschlagen geben im Preis-Leistungs-Ranking, denn die Grafikkarten performen quasi identisch, aber die 3060 Ti ist etwas günstiger. Natürlich hat die RTX 4060 den Effizienzvorteil und vielleicht noch DLSS 3 mit der Frame-Generation als Argument. Damit kann man natürlich noch mal einige FPS rausholen in den Spielen, die das unterstützen. Aber von der reinen Gaming-Performance, ja, sieht es für die 4060 aus meiner Sicht einfach nicht gut aus. Auch das Preis-Leistungs-Ranking mit aktiviertem Raytracing macht es nicht viel besser. Zumindest performt die Grafikkarte da natürlich besser im Vergleich zu den AMD-Karten. Aber auch hier ist die 3060 Ti eigentlich die bessere Wahl. Und insbesondere die Intel Arc-Grafikkarten werden hier sehr interessant, denn die haben auch eine sehr gute Raytracing-Performance und kosten noch mal eine Ecke weniger. Die A770 habe ich schon erwähnt vorhin, die kostet ungefähr 280 Euro und liegt von der Performance auch auf einem ähnlichen Niveau wie die RTX 4060. Was bleibt jetzt also zusammenfassend von diesem Review von der neuen RTX 4060 von Nvidia? Aus meiner Sicht ist es ein enttäuschender Release, muss man ehrlich sagen, denn die Grafikkarte bietet etwas mehr Performance als die Vorgänger-Generation. Die RTX 3060 hatte ich jetzt nicht mehr hier extra noch mal im Test, quasi der direkte Vorgänger, ist aber aus meiner Sicht auch nicht wirklich interessant, denn jemand, der schon eine 3060 hat, wird sehr wahrscheinlich nicht auf die 4060 upgraden. Die Grafikkarte ist eher für Leute interessant, die noch ältere Grafikkarten haben. Und da ist die RTX 4060 aus meiner Sicht gerade keine gute Wahl, denn man bekommt für etwas weniger Geld sogar eine 3060 Ti, die genauso gut performt, die lediglich den Nachteil hat, dass sie etwas mehr Strom verbraucht und keinen DLSS 3 Support hat, was die Grafikkarte wahrscheinlich sogar könnte, Nvidia aber nicht freigeben will für die älteren Grafikkarten. Und aus meiner Sicht sind lediglich DLSS 3 ohne etwas bessere Effizienz kein Argument auf die RTX 4060 zu setzen. Vor allem, weil man in den 1440p und 4K Benchmarks schon sieht, dass der langsam angebundene Speicher tatsächlich mal zum Problem werden könnte, wenn die Speicherauslastung in den Spielen weiter zunimmt. Also die 4060, aus meiner Sicht muss die deutlich im Preis fallen, damit sie attraktiv ist. Ich denke mal 50 Euro günstiger, dann könnte man tatsächlich über den Kauf nachdenken. Derzeit aber für 330 Euro zum Release aus meiner Sicht keine Kaufempfehlung. Da würde ich eher, wie gesagt, zur 3060 Ti oder einer AMD Grafikkarte, einer RX 6700 XT vielleicht greifen, ein paar Euro mehr ausgeben. Das sind aus meiner Sicht deutlich bessere Alternativen. Ein weiteres Problem, was dazu kommt, diejenigen, die ein älteres System haben, was noch PCI Express 3.0 verwendet, werden eventuell nochmal 1, 2, 3 FPS weniger bekommen, denn die 4060 ist ja nur mit 8 PCI Express Lanes angebunden. Das heißt, bei PCI Express 4.0 ist das eigentlich kein Problem, denn da sind auch 8 Lanes schnell genug. Bei PCI Express 3.0 könnte es da tatsächlich so zu einem Flaschenhals kommen. Müsste man nochmal separat testen, allerdings gerade für alte Systeme nicht gerade, spricht nicht gerade für die Grafikkarte, dass diese nur mit 8 Lanes angebunden ist. Das Custom-Modell hier von Gainward, die Kühlleistung, das ist alles in Ordnung. Gainward kann man hier keinen Vorwurf machen aus meiner Sicht. Die haben das vernünftig umgesetzt, ein vernünftiges Custom-Modell rausgebracht. Es ist halt einfach die Preisgebung hier von Nvidia, die der Karte derzeit das Genick bricht und ein bisschen halt die Spezifikation, da wurde an einigen Ecken halt etwas zu sehr gespart. Ja, schade, vielleicht wird die Grafikkarte etwas günstiger, hängt natürlich davon ab, wie viel die gekauft wird. Ich würde sie jetzt zu Release nicht empfehlen und ja, wenn du noch irgendwelche Fragen oder Anmerkungen zum Test hast, dann schreib es gerne in die Kommentare. Würdest du diese Grafikkarte empfehlen oder eher nicht? Schreib es auch gerne in die Kommentare und ansonsten war es das jetzt von mir. Ich bin raus, haut rein!